Wie ich diese Farbe wieder abbekomme? Ganz einfach, ich gehe zum Friseur, ich wollte sowieso wieder eine neue Frisur haben. Oder soll ich auch direkt die Haarfarbe ändern? Habe ich noch nie gemacht, meine Lieben. Das ist jetzt die Ausgangslage und ich habe mich für eine Trendfrisur 2022 entschieden. Könnt ihr mal raten, welche es wird, dafür wird auf jeden Fall einiges abgeschnitten. Aber kurz mal was anderes, der Cappuccino war so lecker, das sind meine ganzen Haare, die mir jetzt auf dem Kopf fehlen.